Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es tatsächlich mal ums Lernen, nämlich mit den Markov-Logiknetzen. Und zwar wollen wir uns heute damit befassen, wie wir diese Gewichte hier lernen. Wie wir das Netz aufbauen, das kriegen wir ja eigentlich immer durch diese Formeln hier. Also für alle Jedis gilt, sie haben ein Lichtschwert. Diese Formeln, die nehmen wir jetzt einfach mal als gegeben an. Es gibt auch Algorithmen, die die Dinger lernen, aber die sind sehr kompliziert. Wir wollen jetzt einfach mal bloß diese Gewichte hier lernen, denn die können wir nicht einfach so fix sagen meistens, sondern wir wollen sie, ja wie gesagt, lernen. Okay, wie machen wir das? Das Ganze nennt sich generatives Lernen und ist wieder mal ein sogenannter Maximum-Likelihood-Lern-Algorithmus. Das heißt, wir wollen wieder mal eine Wahrscheinlichkeit maximieren und dadurch eben lernen. Okay, wenn man was maximieren möchte und man kann das ganze Ding ableiten, dann sollte man das auch tun. Denn ihr wisst vielleicht noch aus der Schule, wenn man eine Ableitung hat, dann kann man diese Ableitung einfach 0 setzen und schon hat man sozusagen eine, ja, eine, entweder einen Hochpunkt oder einen Tiefpunkt, wenn man so möchte. Gut, das heißt, wir wollen das Ganze jetzt mal hier lernen. Allerdings werden wir uns das Ganze als Formel angucken. Und zwar wollen wir nämlich den Logarithmus von dieser Wahrscheinlichkeit hier maximieren. Ihr erinnert euch noch, wir brauchen den unteren Teil uns nicht angucken, denn der ist bei allen Welten gleich. Und deswegen können wir den einfach mal uns sozusagen schenken. Und die Gewichte sind das, was wir lernen wollen. Das heißt, ich schreibe das jetzt einfach mal alles hin. So, das ist im Prinzip die Ableitung der Formel, die hier steht, nach dem Eton-Gewicht. So soll das, so wird es als auch mal geschrieben. Ihr könnt es euch einfach auch vorstellen als Logarithmus P' sozusagen. Ich kann hier noch Klammern einfügen, wenn euch das dann lieber ist. Okay, so und ja, im Prinzip wollen wir diese Formel hier ableiten. Da wir mehrere Gewichte haben, die wir alle maximieren wollen, werden wir mehrere Ableitungen brauchen. Deswegen hier eben Delta oder Partial durch die Ableitung nach eben der Variable Wi, also dem Eton-Gewicht. Wir haben, wie gesagt, hier ein Gewicht drauf, hier, hier, hier und die wollen wir ja alle am besten anpassen. Genau. Okay. So, das Ganze ist jetzt allerdings gleich. Und zwar, falls ihr euch noch daran erinnert, n war die Anzahl an wahren Belegungen innerhalb meiner Klausel an Daten oder generell meiner Formel. Das heißt, wir haben hier ni von x minus dem Erwartungswert e, abhängig natürlich auch wieder vom Gewicht so ein bisschen und von der Anzahl wieder mal an wahren Belegungen. Das heißt, wir haben die echten, also die, die wir tatsächlich haben, minus die erwarteten sind sozusagen unsere Ableitung. Denn es ist ja im Prinzip die Steigung gemeint. Also wir wollen ausrechnen, wie viele haben wir tatsächlich gegeben, wie viele würden wir erwarten. Und das Ganze können wir jetzt wieder umformulieren. Nämlich, ich mache hier mal eine neue Zeile rein. So, das Ganze kopiere ich jetzt einfach mal hier. Und den Erwartungswert hier hinten, den ersetzen wir jetzt. Und zwar, wodurch ersetzen wir den? Naja, das ist ja die Summe. Und zwar über x Strich, also die, die wir beobachten. Und zwar, lasst mich das kurz fertig schreiben, dann gehen wir das alles durch. x gleich x Strich. So. Mal, ja gut, das brauchen wir halt nochmal, die Anzahl davon, nämlich Anzahl von x Strich. Und, okay, was steht jetzt zur Hölle hier schon wieder? Wir summieren über alle, also die Anzahl, die wir hier haben. Das ist die erwartete Anzahl in unseren Daten, also in den Daten, die wir zum Lernen bekommen haben. Minus, und jetzt wieder mal der Erwartungswert hier. Das sind sozusagen die erwarteten, die Anzahl erwarteter wahrer Belegungen nach dem neuen Modell. Also, wir ersetzen sozusagen unser Modell und das wäre unser neues Modell. Okay, x Strich ist dann also das, was wir neu beobachten würden. Denn p von w x gleich x Strich bedeutet einfach, wir haben hier die Wahrscheinlichkeit, dass dieses x hier tatsächlich auch mein neues x Strich beobachtet, mal die Anzahl davon, dass wir x Strich eben beobachtet haben. So. Und das ist jetzt das Beste, was wir aus unserer Ableitung rauskriegen können. Das können wir jetzt wieder mal über zum Beispiel ein Gradientenverfahren oder sowas einfach mal durchjagen dadurch. Und das Ganze eben minimieren und dann bekommen wir hier ein, ja, ein Maximum raus für eben Logarithmus pw von x. Wenn wir das Ganze hier eben minimieren, also ni von x minus dem ganzen Kram hier. Wenn wir das minimieren, bekommen wir ein Maximum raus für Logarithmus pw von x. Und dadurch kriegen wir dann eben die besten Gewichte dadurch. Super, das ist jetzt ziemlich anstrengend, denn wir haben hier ein, ja mehrere Ableitungen im Prinzip. Denn, ja, wir haben auch mehrere Gewichte, für jedes Gewicht eine Ableitung und dann wird das ganze Verfahren schon wieder ziemlich aufwendig. Aber so macht man das normalerweise. Und, ja, da hat man ja auch eigentlich Zeit, wenn man die Gewichte lernt. Ich meine, das ist jetzt, das ist das richtige Lernen, da kann man sich mal ruhig ein bisschen mehr Rechenzeit und Rechenpower einrechten. Okay, dann war es das schon wieder für heute. Und, ja, das war es, glaube ich, sogar mit den Markov-Logik-Netzen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.